Hallo und herzlich willkommen zum ersten Simulationspraktikum in der Pneumatik. In diesem Jahr werden wir versuchen in MATLAB mit Simulink und Simscape einen Aufbau, den wir in Fischertechnik erstellt haben, zu simulieren. Fischertechnik aus dem Grund, weil es kostengünstig ist, spielerisch und wirklich einfach, transportabel, hat tausend gute Gründe und Vorteile. Die Simulationssoftware hingegen, die hat überhaupt keinen Spielzeugcharakter, das ist MATLAB mit Simulink und insbesondere noch Simscape, also schon eine sehr Industrie-De-Facto-Standardsoftware und auch leistungsfähig. Wir werden natürlich nur einen Teil der Leistung hier ausnutzen, aber ich hoffe, dass ihr euch daran Freude gewinnt und das vielleicht in vielen anderen Projekten, die ihr so macht, auch nutzt. Warum nutzen wir Simscape? Der Vorteil bei Simscape ist, dass es sich um eine physikalische Modellierung handelt, also wir verknüpfen nicht, wie vielleicht in der Regelungstechnik, in einem Blockdiagramm, irgendwelche Signale, sondern es sind wirklich physikalische Verbindungen. Es werden auch, anders als in der Regelungstechnik, keine Pfeile finden in den Diagrammen. Es gibt eben diese vorweggenommene Kausalität nicht, was ich ja zum Beispiel bei einem Pneumatiksystem haben muss. Ich brauche ja einen Fluss möglicherweise in beide Richtungen, abhängig von den Druckverhältnissen. Das ist natürlich dann schön, wenn ich mechatronische Systeme in ihrer Gesamtheit modellieren möchte, viele physikalische Phänomene betrachten möchte. Also eine Mechanik kommt auch im Praktikum 2, kommt ein mechanischer Anteil, ein pneumatischer Anteil, man könnte noch den thermischen Anteil mit simulieren. Also viele Sachen, die wir in der realen Welt beobachten. Es ist natürlich so, das werdet ihr auch gleich sehen, dass die Komplexität ein kleines bisschen zunimmt. Aber das sollte uns nicht scheuen, es ist wirklich ein sehr mächtiges Tool, da muss man sich ein bisschen Mühe geben. Ursprung hat die Idee dieser physikalischen Simulation in der Theorie der Bond-Graphs, wo ich wirklich nur Bauteile, die ich in der Elektrotechnik kenne oder eben äquivalent modellierte, sowie 1- und 0-Kreuzungen habe und damit eben auch kausalitätsfrei, der Pfeil, der hier oben angedeutet ist, gibt nur eine Vorzeichenkonvention an, sowas modellieren kann. Block-Diagramme, wie ich gerade schon angedeutet habe, übertragen eben Signale und repräsentieren auf diese Art und Weise Gleichungen. Wenn ich diese physikalischen Netzwerke, Physical Networks, zusammenschalte, dann ist die Grundlage dahinter Energieerhaltung. Und das macht es eben gerade in der technischen Anwendung interessant, weil ich so gewisse Effekte, die ich im Block-Diagramm nicht beobachten würde, eben sichtbar machen kann. Und die Idee dahinter ist, dass man immer ein Paar von Variablen benutzt, nämlich die Through- und die Across-Variablen, die sich eben abhängig von der Domäne unterscheiden können. Dann seht ihr, hier ist Kraft mal Weg, das ist eben Kraft mal Geschwindigkeit, das ist eben die Leistung. Und hier haben wir eben den Absolutdruck und den Volumenstrom. Das heißt, wir werden gleich ein pneumatisches System verschalten und können es wirklich sehr getreu simulieren. Das Einzige, was wir nicht so getreu herausfinden, das werdet ihr gleich auch noch herausfinden, sind die Parameter unserer Komponenten, weil die sind natürlich bei Fischer Technik nicht sehr gut dokumentiert. Hier nochmal so eine Idee, also wenn ich jetzt hier einfach drei beispielsweise Behälter verschalten würde, dann ist eben so, dass die Summe der Massenströme muss hier eben 0 ergeben und die Drücke müssen überall gleich sein. Das ist eben das, was dann, wenn ich ein Ventil öffne, klar, dann habe ich eine Sprungantwort, das werden wir gleich auch sehen, aber das ist eben das, was das Gleichungssystem löst und das werdet ihr auch beobachten gleich, wenn ihr ein Simscape simuliert. Ihr baut euer Blockdiagramm auf und dann sagt ihr Start und anders als ein Simulink geht nicht sofort die Simulation los, sondern es kommt so ein durchaus auch mal 30 Sekunden und noch längerer Übersetzungsprozess in eben solche Gleichungen und dann die Lösungsverfahren und was ihr hoffentlich nicht seht, das konvergiert auch nicht immer. Das ist durchaus manchmal auch numerisch ein bisschen kitzelig. Also es ist wirklich, wenn ihr da Ergänzungen vornehmt, lasst euch da nicht ins Boxhorn jagen. Ich bin auch mit ein paar Fehlermeldungen fast wahnsinnig geworden. Probiert, googelt, macht, falls ihr Ergänzungen vornehmt. Ansonsten, tried and tested, könnt ihr das ja dann gleich nachklicken. Was ihr brauchen werdet, ist MATLAB Simulink mit Simscape. Also ihr müsst das installieren und aktivieren. Ich habe euch hier den Link zur DVZ-Software-Bereitstellungsseite gegeben. Die Software ist an und für sich nicht besonders ressourcenhungrig. Einzige, sie ist relativ groß auf der Festplatte. Es werden mindestens benötigt, klar, MATLAB, das ist immer dabei, Simulink, ich weiß gar nicht, ob man das auswählen muss, aber das habe ich noch nie abgewählt, sagen wir es so. Und eben die zwei Pakete, einmal Simscape, das ist so die Basis-Bibliothek von Simscape und dann die spezielle Fluids-Library. Und wenn der Installer meint, er bräuchte noch ein paar Sachen, dann macht ihr natürlich ja gerne lieber Installer, weil im Allgemeinen ist eine MATLAB-Installation sehr gut geführt. Die machen das schon ein paar Jahrzehnte und geht auch in der Regel glatt durch. Lest halt einmal kurz, wenn ihr das alles zusammengeklickt habt, dann steht da der Platzbedarf auf der Festplatte. Das ist halt ein bisschen größer. Die erste Aufgabenstellung ist, an Trivialität kaum zu überbieten. Wir möchten aus einer Luftversorgung mit einem uns bekannten Druck, den können wir messen, möchten wir über ein 3-2-Wege-Ventil einen Luftbehälter füllen. So einfach oder so kompliziert. Ich möchte von euch für eure bis zu 5 Bonuspunkte und da gibt es natürlich für das erste Praktikum 2 und für das zweite gibt es 3, weil das ein bisschen umfangreicher ist, möchte ich gerne eine Dokumentation auf einer DIN A4-Seite und beschäftigt euch bitte mit Fragestellungen, lässt sich das Füllverhalten eines Behälters qualitativ und quantitativ in Simscape simulieren und dann eben noch die Fragestellungen, welche Modifikationen von Quelle oder Ventil führen zu einer Erhöhung der Füllgeschwindigkeit. Ihr dürft das gerne mit Kommilitoninnen und Kommilitonen diskutieren. Ihr dürft auch gerne zusammen die Simulationen durchführen, nur bitte gebt individuelle Lösungen ab, sonst ist das sehr, sehr schwierig. Wenn ihr für eure Argumentationen Plots braucht, ihr werdet gleich einen Scope kennenlernen. Das Scope kann natürlich auch diese Daten eigentlich auch schon schön plotten. Unter Umständen gibt es noch andere Funktionen, zum Beispiel einen Two-Workspace-Block in Matlab, je nachdem wie ihr da gewillt seid, Zeit zu investieren und vielleicht auch Freude daran findet. Und dann geht es los. Ein kurzer Überblick über den Versuchsaufbau, den wir vorhaben. Wir haben einen Akku als Energieversorgung mit einem Ein-Ausschalter, verbunden mit dem Kompressor. Der erzeugt dann Druckluft. Die Druckluft geht über ein 4-3-Wege-Ventil in einen Speicher und dann können wir noch mit einem Manometer den Druck im Speicher messen. Im Praktikum Antriebstechnik geht es ja darum, dass ihr das, was wir im Labor machen würden, simuliert. Das machen wir am besten in Simulink und gleich dann auch in Simscape. Startet zu Simulink mit dem Button in der Taskleiste. Einfach ein leeres Modell erstellen. Dann haben wir hier schon ein Modell namens Untitled. Und die Bauelemente, die ihr braucht, um die Simulation zusammenzuklicken, findet ihr im Library-Browser. Der hat ganz viele Bibliotheken, wie ihr hier seht. Und wir brauchen zunächst einmal Simscape. Simscape hat auch wieder viele Bibliotheken, unter anderem eben die Foundation-Library, wo die grundlegenden Bauelemente drin sind und eben andere fortgeschrittene Libraries, für die wir auch gleich noch besuchen werden. Was wir machen werden, wir werden ja ein bisschen ein Gas, ein uns bekanntes Gas strömen lassen. Also finden wir wahrscheinlich in der Gas-Library einige Sachen, die wir gebrauchen können. Und aus der normalen Anschauung heraus würden wir wahrscheinlich an der Quelle starten, also bei den Sources. Schauen wir mal, was wir da finden. Und wir finden hier tatsächlich verschiedene Quellen eben, Volumenfluss, Massefluss oder eben einfach eine Druckquelle. Die werde ich jetzt hier auch nehmen, denn die ist für mich einfacher zu kalibrieren an der Stelle. Ihr habt im Video vielleicht mitgeschnitten, dass wir einen Druck von ungefähr 0,7 Bar erreicht haben. Den kann ich jetzt hier am Druckdifferenzial angeben mit 0,7 Bar. Ich lasse die Querschnittsflächen an den beiden Anschlüssen, lasse ich erst einmal so, wie sie sind. Nach der Druckluftquelle müssen wir das Ventil, mit dem ich Kompressor und Speicher verbunden habe, nachmodellieren. Das finden wir in der Simscape Fluids Library unter Gas und Directional Control Valve. Ich habe ein Dreiwege-Ventil genommen. Wenn das jetzt hier so landet, kann ich das mit STRG R oder COMMAND R, kann ich mir das in die richtige Richtung drehen. Dann schließe ich die Druckluftquelle an den P-Anschluss an. Das ist dann der, der bei Betätigen mit A verbunden wird. Sonst ist A eben zur, wo auch immer hin, offen. Das wird gleich die Atmosphäre werden. Wir haben natürlich jetzt das Ventil noch nicht komplett modelliert, indem wir es hier reinziehen. Die Voreinstellungswerte entsprechen jetzt nicht ganz der Fischertechnik-Dimension. Das ganze Ventil war so groß wie die Querschnittsfläche, die hier voreingestellt ist. Ich habe ausgemessen und komme bei den Anschlüssen auf 1,1 Millimeter Durchmesser. Das heißt, ich gebe jetzt hier Pi mal 0,55 Quadrat Millimeter Quadrat ein. Und auch die Querschnittsfläche, wenn ich das ganz geöffnet habe, muss ich hier auch modellieren. Die ist auch nicht ganz zutreffend hier. Die habe ich durch Tuning der Parameter auf Pi mal 0,10 Millimeter zum Quadrat geschätzt. Auch in Quadrat Millimetern, der Leckagequerschnitt, der scheint mir zu passen. Das ist ungefähr das, was ich wahrscheinlich aber auch im gesamten System beobachtet habe. Also mit den beiden Parametern, Anschlüsse und Querschnittsfläche, Einschnürung bei maximalem Fluss, habt ihr das durchparametriert. Was wir jetzt noch brauchen, ist der Speicher. Der Speicher ist dann wieder in der Foundation Library bei den Gaselementen. Da sehen wir hier die Constant Volume Chamber. Also ein Speicher mit konstantem Volumen. Da haben wir den ähnlichen Effekt, dass der selbst mit einem Liter ist ja noch viel, viel, viel zu groß. Ich habe einfach den Speicher durchgemessen mit dem Messschieber und komme auf 14 Millimeter Radius und eine Länge von 58 Millimetern. Das kann ich dann hier einfach direkt eingeben. Das ist das Schöne bei dem Physical Modeling, dass die Sachen eben eine physikalische Bedeutung haben. Achtung, Einheit, Kubikmillimeter. Ich habe zwei Ports gemacht, dann habe ich es mit dem Messen gleich ein bisschen leichter und beide haben die gleichen Eigenschaften wie eben, also Pi mal 0,55 Quadratmillimeter. Hier nicht die Einheiten vergessen, wobei der zweite Anschluss, da kommt es nicht drauf an. So, jetzt würde ich hier A an A anschließen. Das heißt, mein Ventil könnte dann diesen Speicher befüllen, wird es nicht. Wir sehen hier, wir haben noch einen thermischen Port, also wir könnten jetzt hier noch die thermischen Eigenschaften modellieren. Darauf würde ich jetzt einfach mal verzichten. Ist aber durchaus eine Ergänzungsmöglichkeit, wenn ihr da Freude dran findet. Gut, jetzt habe ich schon gerade so ein bisschen vorweggenommen. Wir müssen uns noch um das, was hier links kümmert, sorgen, also sprich eine Atmosphäre schaffen. Die Atmosphäre, dafür habe ich ein Element genommen. Das Reservoir, denn das hat unendlich großes Volumen. Das ist dann ungefähr so wie unsere Atmosphäre, wobei uns die Endlichkeit ja immer wieder schmerzlich bewusst wird an der Stelle. Gut, das ist immer noch nicht alles. Wir müssen ihm noch sagen oder dem Programm noch erzählen, welches Gas sich da drin befindet. In der Foundation Gas Library, habt ihr gerade schon gesehen, die Gas Properties. Die schließe ich auch einfach hier an. Die sind soweit für Luft auch schon ganz wunderbar voreingestellt. Und da könntet ihr eben andere Gase nachmodellieren, wenn ihr das wolltet. Und schließlich brauchen wir noch die Solver Configuration. Die sind, die ist bei den Simscape Utilities natürlich auch relativ versteckt. Und ich finde sie auch auf Anhieb gar nicht. Das ist hier. Auch die hat ganz hervorragende Voreinstellungen. Dementsprechend müsst ihr da auch nichts dran machen. Gut, jetzt können wir nämlich unseren Anschluss T hier mit Atmosphäre verbinden. Das entspricht ja dann auch dem Verhalten. Wenn ich dann dahin würde ich wollen, dass der Speicher erst einmal leer ist. Jetzt habe ich noch zwei Herausforderungen. Einmal weiß ich jetzt noch nicht, was in diesem Speicher vor sich geht. Da müssen wir gleich noch ein Messgerät einfügen. Das Konzept dahinter ist, einen Sensor zu benutzen. Der Sensor ist eben hier ein Druck- und Temperatursensor, den ihr unter Gas und Sensors findet in der Foundation Library. Das heißt, der hat jetzt die Kraft aus diesem physikalischen Signal, was hier in den pinken Leitungen pulsiert, also einer Energie, letztlich die ein oder zwei Werte, die uns interessieren, herauszunehmen. Das ist ja inkonsequent, dass ich euch gerade erst zwei Anschlüsse an den Speicher machen lasse und den dann nicht nutze. Das finde ich jetzt sehr, sehr traurig. Wenn ich das jetzt anschließe, habe ich hier zwei Ausgänge, die mir eben Druck und Temperatur anzeigen können. Und die Luft könnte auch wieder raus. Da habe ich jetzt nichts angeschlossen, beziehungsweise ich muss den Referenzdruck anschließen. Denn wir könnten ja gegen einen anderen Druck auch messen, also ein Differenzdruck z.B. über eine Drossel hinweg oder so. Das heißt, hier einmal mit Atmosphäre verbinden. Ich versuche das ein bisschen besser sichtbar zu machen. Und dann haben wir hier das Messsetup. Herausforderung ist noch, das was hier rauskommt, ist ein Physical Signal. Wir müssen es noch in ein Simulink-Signal umbauen. Das machen wir mit den Utilities von Simscape Foundation. Und da haben wir dann einen PS in Simulink-Konverter, also Physical Signal in Simulink. Da sind wir wieder in der Simulink-Welt. Und was wir dann noch brauchen, wir müssen das Ventil steuern. Das habe ich mit einem Simulink-PS-Konverter gemacht, den ich hier anschließe. Und dann kommt hier ein Simulink-Signal raus. Und das mache ich, hoffe ich, dass das hinhaut, mit einer Quelle aus Simulink, aus der Standard-Bibliothek. Und die haben eigentlich einen Signal-Generator. Signal-Builder heißt der. Also der Signal-Builder aus den Simulink-Sources könnte hier reingehen. Und könnte unserem Ventil sagen, wann es zu öffnen, wann es zu schließen hat. Was ich noch brauche, ähnliches Konzept. Ich brauche noch eine Senke, um das anzuzeigen beispielsweise. Und dann nehme ich einfach das Scope. Es gibt hier einige andere. Also diesen Two-Workspace-Block empfehle ich auch. Der kann nämlich das in einen MATLAB-Workspace speichern. Und dann kann ich das Ganze mir in MATLAB auch vielleicht schöner plotten als mit dem Scope. Hier muss ich jetzt noch das Signal konfigurieren. Ich habe das so gehabt, dass ich bei zwei Sekunden das Ventil öffne. Und wie hier voreingestellt, nach sechs Sekunden wieder schließe. Also alles schon richtig. Das Ventil geht dann von 0 auf 1. Wunderbar. Können wir also schließen. Das Scope braucht keine Einstellungen. Das heißt, was euch noch fehlt, ist die Laufzeit anzupassen auf 20 Sekunden. Das Speichern nicht vergessen. Ich nenne es mal Füllverhalten. MATLAB ist ein bisschen rückwärts gerichtet, was Umlaute angeht. Also da bitte UEs, AEs und so weiter nutzen. Wenn ihr es in Echtzeit anschauen möchtet, könnt ihr hier mit Simulation Pacing die Simulation verzögern. Muss ich hier ein Häkchen setzen. Dann wird eine Sekunde zu einer Sekunde. Wunderbar. Also Usability nicht so traumhaft. Drücke ich mal auf Run. Mal gucken, was passiert. Jetzt passiert hier ein Kompilationsprozess, der aus diesem physikalischen Netzwerk ein Gleichungssystem macht, Differenzialgleichungssystem, und versucht es zu lösen. Mal schauen, ob es ohne Fehlermeldung durchläuft. Uiuiui. Passiert mir auch nicht alle Tage. Und da haben wir schon gesehen, okay, es wird bei 2 geöffnet. Es erfolgt das Füllen. Dann habe ich hier diese Undichtigkeit wie besprochen. Also eigentlich so, wie wir es gesehen haben. Wir erreichen den Grenzdruck von 0,7 Bar. 7 mal 10 hoch 4 Pascal. Und verlieren dann eben ein bisschen Druck. Abhängig davon, wie gut wir Fischertechnik verschraubt haben. Das haben wir über das Ventil hier skaliert. Das ist natürlich so, ich habe jetzt hier keine explizite Undichtigkeit an irgendwelchen Stopfen. Ist ja klar. Aber könnte man natürlich auch einbauen. Gut, ich wünsche euch viel Spaß. Das nachzuklicken. Das ist sicherlich eine Sache, die ihr mitnehmen könnt. Wir haben mit vergleichbaren Techniken, haben wir eben zum Beispiel Längsstoß bei Kupplungen und so simuliert. Das heißt also, das ist grundsätzlich eine Modellierungsart, die ihr vielleicht brauchen könnt. Und die euch hoffentlich auch hilft, wenn ihr ein bisschen damit spielt, euch gescheit auf die Prüfung vorzubereiten. Bis bald.